Diese Übung eignet sich für die Teilnehmer des Parcours, die sich fit fühlen und die anderen Übungen problemlos absolvieren konnten. Stellen Sie sich ans Gerät unter den Bogen. Sie stehen auf einem Bein, die Knie sind leicht gebeugt. Sie halten sich nun am Bogen fest und drehen ihn zehnmal in beide Richtungen. Nun wechseln Sie auf das andere Bein. Sie können sich am stabilen Bogen gut festhalten, auch wenn der Bogen sich bewegt. Mit der Übung trainieren Sie Ihr Gleichgewicht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017